Die Tiere, die denken nicht vorwärts, die denken nicht rückwärts. Das lass mich bitte nicht hängen. Das wird fett, Mann. Ja, gut, klar. Ey, Spacko, meine Karre geht vor. Wieso? Hallo? Hast du ihn mal angeguckt? Das erfordert wirklich Mut und Köpfchen. Wenn du Glück hast, fließt auch kein Blut. Fließt kein Blut? Du bist Alex. Ich denke, du verpasst das meiste, was um uns rum passiert. Die Menschen denken einfach zu viel. Mit ständigen Bewegungen. Rennen rum. Und haben eigentlich schon vergessen, wie man richtig lebt. Hier und jetzt. Und Tiere leben genau so. Die fragen mich. Die sind einfach. Verstehst du, was ich meine? Hm. Die werden. Warum? Untertitelung des ZDF, 2020